In allererster Linie freut uns das natürlich, dass diese gelebte Partnerschaft jetzt wieder mit Leben erfüllt wird. Jetzt ist ja die Zeit der Krisen hoffentlich so bald vorbei. Die zweite Bundesliga beginnt wieder und wir freuen uns nach dem Winterschlussverkauf auf eine tolle Frühjahrsaison und deswegen war auch der Zeitpunkt ganz gut. Ich habe davor nur Sakko und Hose anders, aber jetzt so Komplettanzug ist es der erste. Deswegen glaube ich ein ganz schöner erster Anzug. Der Anzug ist top, mit den weißen Schuhen, mit dem dunklen Hemd, mit dem grauen Sakko passt eigentlich alles farblich, alles top. Ja, sehr, sehr. Die haben mir sehr geholfen. Das ist alles hier und das ist alles top. Die Mitarbeiter sind top. Alles gut aufgenommen. Von der Mode her hat sich auch ein bisschen was verändert, weil die Hosen auch kürzer getragen werden und natürlich diese Stretchqualitäten, die man auch viel auf Reisen mitnehmen kann, weil die ganz unkompliziert zum Tragen sind. Und ich denke mir, das haben wir ganz, ganz gut gemacht. Und vor allem haben wir mal nicht dunkelblau oder schwarz genommen, sondern eben dieses schöne Grau mit dunklem Hemd drunter. Und so glaube ich hat das auch einen guten Stil Tag. Und es hat auch wirklich gut ausgeschaut mit den Männern.